Nicht nur der Geist, sondern auch der Körper ist etwas sehr, sehr Wichtiges als Basis für geschäftlichen Erfolg. Weil der Punkt ist einfach der, früher war es halt so voll das schlechte Gewissen. Aber was ist denn tatsächlich die Ursache dafür, dass ich am Ende des Tages abnehme? Wir müssen uns erstmal, glaube ich, wieder als Ganzes verstehen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution-Podcast-Folge. Mein Name ist Heinz Bosbach und heute haben wir wirklich ein sehr, sehr cooles Thema, was viele Immobilienmakler, vor allen Dingen auch Unternehmerinnen und Unternehmer interessieren wird. Nämlich nicht nur der Geist, sondern auch der Körper ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Als Basis für geschäftlichen Erfolg. Und das fällt vielen nicht immer so leicht. Und ich habe selber genau da eine Reise hinter mir. Und mein heutiger Gesprächspartner ist auch gleichzeitig mein Personal Trainer, der mich da auf diese Reise mitgenommen hat und mir vor allen Dingen dabei geholfen hat, einige Irrtümer, die ich so im Kopf hatte, aufzulösen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, also zuallererst mal kurze Vorstellung. Lieber Marc, herzlich willkommen hier bei mir in der Podcast-Folge. Stell dir mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, wo kommst du her? Hallo Heinz, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin Marc aus Düsseldorf, 40 Jahre alt, komme ursprünglich aus der technischen Beratung, bin Informatiker und habe vor gut zehn Jahren gelernt, dass der Körper deutlich wichtiger ist, als sich nur um den Geist zu kümmern. Und ja, bin seit ein paar Jahren selbstständiger Personal Trainer und Ernährungsberater im Großraum Düsseldorf und Online-Coachings biete ich natürlich auch an. Ja, und seit gut einem Jahr, etwas über einem Jahr, bin ich mit Heinz auf der Reise und wir legen da gerade eine Transformation hin, die sich gewaschen hat. Okay, cool. Marc, was mich mal interessieren würde jetzt mal als allererstes, was ist denn so, was du feststellst als Personal Trainer, du arbeitest, wer sind deine Kunden, sind das jetzt Leute wie ich, Selbstständige, sind das Unternehmerinnen, Unternehmer, was sind das für Typen? Ja, ich habe tatsächlich viele Unternehmer in meinem Training, gerade im Personal Training und es sind alles Leute, die irgendwann gemerkt haben, ganz ohne Sport geht es nicht. Die meisten haben schon ein bisschen Sporterfahrung, gerade in der Jugend gemacht, aber jetzt lange nicht mehr. Viele sind Familienväter oder Mütter und haben jetzt so mit Mitte 30, meistens fängt es dann an, verstanden, ich muss mehr für meinen Körper tun und sind dann auf mich aufmerksam geworden. Okay, und was würdest du denn sagen, was sind denn so die Probleme, die die Leute haben? Also was, warum, also was ist das Why dahinter? Warum kommen die zu dir und wie gehst du das an und wo musst du vor allen Dingen mit aufräumen? Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage. Was ist das Warum so? Wo sind die Probleme? Das größte Problem ist der Staat, weil die meisten fangen an zu googeln, suchen im Internet, was muss ich machen und die reine Masse an Informationen ist einfach zu groß. Das ist zu verwirrend. Die einen sagen dies, die anderen sagen das und dann stehst du da, was musst du jetzt machen? Was denn das größere Problem ist? Also kommen die Leute eher auf das Thema Ernährung oder geht es direkt um Fitness, Kraftsport, whatever? Also was ist der größere Pain bei den Leuten? Ja, man muss ehrlicherweise sagen, das wissen die Leute am Anfang noch gar nicht so wirklich, weil sie den Zusammenhang oft noch nicht verstanden haben. Was ist tatsächlich der große Zusammenhang zwischen Sport und Ernährung? Was muss ich machen? Wo muss ich hin, um bestmöglich auszusehen, mich bestmöglich zu fühlen? So und damit aufzuräumen, zu sagen, okay, es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Wir müssen eigentlich wieder zurück zur Basis, ein bisschen wieder zur natürlicheren Lebensweise, artgerechtere Ernährung und so weiter, artgerechtere Bewegung. Das ist meistens so der Hebel, über den ich da ganz gut, da ganz gute Ergebnisse erziehe. Okay, jetzt war es ja bei mir so, also ich beschäftige mich ja schon einige Jahre auch selber mit dem Thema Ernährung, auch Sport. Also ich habe eine Zeit lang natürlich keinen Sport gemacht, aber irgendwie doch immer schon regelmäßig. Aber bei mir war so damals so das Thema Montagnacke hieß das, ja. Da war so Low-Carb-Zeug und so weiter, ne. Also im Prinzip ging es mehr um diesen glykämischen Index, ja. Also das war das Hauptthema damals. Das hat super funktioniert, damals noch 25 Kilo abgenommen in ganz, ganz kurzer Zeit, ja. Und ich habe kaum, ich habe jahrelang, wirklich jahrelang so gut wie keine Kohlehydrate gegessen. Und irgendwann ging nichts mehr, ja, ging nichts mehr weiter. Also irgendwie, ich kam von meinem Gewicht nicht runter, trotz Sport, jeden Tag laufen, ja. Und es ging irgendwie einfach nicht weiter, ja. Also ich hatte so wirklich, ja, für mich war das so komplett festgesteckt, ja, festgefahren, ja. Was sind denn so die falschen Daten oder Irrtümer, die die Leute da, oder auch ich, du hast mich ja sozusagen, ja, ich sag mal, gerettet, beziehungsweise wieder richtig gesettet, ja, was das angeht. Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, der glykämische Index, ne. Was besagt der glykämische Index? Der sagt aus, wie stark das Insulin, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, ausgeschüttet wird. Insulin ist ein Hormon, was die Nährstoffe in die Zelle bringt am Ende. Und wir wollen aber nach Möglichkeit im Alltag wenig Spikes haben, also wenige, wenige Peaks, wo das Insulin nach oben schnellt und relativ schnell wieder runtergeht. Was oft bei sehr kurzkettigen Kohlenhydraten, zum Beispiel Zucker, industriellen Zucker oder Weißmehlprodukten und sowas oft passiert. So, und das nur kurz als Hintergrund. Das ist tatsächlich auch einer der größten Mythen, Low Carb. Was passiert bei Low Carb? Viele denken, Low Carb ist der, der heilige Gral. Ich muss nur Low Carb machen, nehme ich ab, sehe besser aus und so weiter. Das Problem bei Low Carb ist, dass man am Anfang sehr schnell Erfolge erzielt, weil Kohlenhydrate Wasser in der Zelle halten. Wenn ich jetzt natürlich Low Carb mache und sehr wenig Kohlenhydrate esse, wird relativ schnell sehr viel Wasser ausgeschwemmt. Das bedeutet, dass ich innerhalb der ersten Tage ein, zwei Kilo direkt verliere. Das ist aber kein Körperfett. So schnell verliere ich kein Körperfett, das ist nur Wasser. Sieht aber auf der Waage eben toll aus. Das ist aber auch einer der Gründe, warum man so schnell auf so einem Plateau landet. Das, was dir passiert ist, nach 25 Kilo geht es nicht weiter, weil, da kommt der zweite Mythos rein, Kaloriendefizit. Die Leute sprechen immer von einem Kaloriendefizit und ja, Thermodynamik hat es ja schon beschrieben. Wenn ich Gewicht verlieren will, muss ich weniger Energie zuführen, als ich verbrauche. Punkt. Aber bis wohin will ich das denn spielen, das ganze Ding? Ich fange jetzt an mit einem Kaloriendefizit von 500 Kalorien. Dann verliere ich Körpergewicht, komme auf mein neues Gewicht und muss von da aus ja wieder meinen Kalorienbedarf errechnen und wieder in ein Defizit. Dann gehe ich wieder in ein 500 Kaloriendefizit. Irgendwann bin ich bei null. Dann esse ich nichts mehr. Ja, das ist ja tatsächlich das, was ja einige machen. Genau. Also die haben dann auf einmal, der Pain ist so hoch, weil einfach zu dick, man fühlt sich unwohl, was ja gerade im Geschäftsleben für viele ja auch eine Rolle spielt. Also wie jetzt in meinem Business, wir machen viele Videos und dann siehst du dich auf dem Video oder du siehst dich auf Fotos. Ich habe letztens noch mit der Kundin gesprochen, ja, nee, das Thema neue Mitarbeiter und Videos machen möchte ich jetzt nicht angehen, weil ich fühle mich gerade total unwohl in meiner Haut. Also das hat ja auch Auswirkungen und dann wollen die Leute schnelle Ergebnisse haben und denken so, uh, das geht dann so super ab und wie bei mir auch damals, ja, in wenigen Monaten ganz, ganz große Ergebnisse und auf einmal war ich dann eher so lauch, also so, weißt du, so Marke Lurch, ja, weißt du, weil klar, du verlierst ja, wie soll man sagen, Muskelmasse auch am Ende. Und bringt nichts unterm Strich, ne? Genau, ganz klar, also wenn du nur Diät ist und vielleicht noch Cardio machst und du laufen gehst oder so, dann wirst du eben dünn, klar, so, das funktioniert. Aber kaum einer will ja dünn sein. Du willst ja schlank sein und trotzdem irgendwie athletisch und sportlich aussehen, so, das ist ja eigentlich das Ziel von den meisten. Ja, okay, lass uns mal bei dem Thema Ernährung bleiben, ja, also Fakt ist, also Low Carb ist, viele machen das, war bei mir übrigens so, ja, bei mir war es so, ich habe gesagt, Low Carb ist geil, weil ich kann Massen essen, weißt du, ich kann unheimlich viel, weil ich hatte immer gerne viel essen, ja, also Fleisch, ne, Eiweiß und, also Proteine, beziehungsweise, sagt man ja, proteinreiche Ernährung macht ja schon Sinn, ne, das war so, ne, ja, super. Das ist genau, ne, dann viel Gemüse, sind ja, ist ja auch eine Form von Kohlehydrate, wenn du so willst, ne, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, deutlich weniger natürlich dann oft im Gemüse. Aber keine Power halt, keine Sättigung sozusagen, ne, also wenn du jetzt Brokkoli, die reinhaust. Eher übers Volumen, ne, der Magen ist dann voll, ja, aber. Hält nicht so lange. Ja, du brauchst natürlich schon so eine Mischung, ja. Genau, so, und, und, und dann kommt ja der Punkt, ich hatte total, Kai, das Thema Kalorien, und das, deshalb fand ich es auch so sexy, ich fand es so geil, weil, ja, du musst keine Kalorien zählen, und, boah, voll cool, und da sind wir ja so bei so einem Thema, wo die Leute dann total drauf schwören, ja, und nehmen ab, aber dieses Verständnis, ja, dieses Verständnis dafür zu entwickeln, ich nehme jetzt ab, man könnte ja intermittierendes Fasten, habe ich auch gemacht. Natürlich, klar, ne, also stand auch auf meiner Agenda, ne, also, was ist denn tatsächlich die Ursache dann dafür, warum ich abnehme? Ist es dann die Idee des intermittierenden Fasten oder des Fastens, können wir ja auch noch mit ins Spiel bringen, ne, Wasserfasten, oder am besten gar nichts mehr essen, ja, ist ja auch noch eine Variante, oder eben dann Low Carb, aber was ist denn tatsächlich die Ursache dafür, dass ich am Ende des Tages abnehme? Ja, klar, also am Ende des Tages nimmst du natürlich ab, ne, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn du weniger Energie zuführst, als du verbrauchst. So, aber da wird es natürlich kompliziert, weil wie viel verbrauche ich denn? So, also da, da fängt es ja schon an, so im Prozess, also da wird es ja schon ungenau, wie viel verbrauche ich, das ist ja immer nur eine Annäherung. Auch wenn ich jetzt anfange Kalorien zu tracken, ne, ich zähle jetzt Kalorien, ja, keine Ahnung, wie viel hat denn jetzt ein Apfel, ne, und wie viel hat der Apfel, und wie viel hat der Apfel, das heißt, wir haben immer nur eine Annäherung, wir haben ja nie eine ganz genaue Zahl und eine ganz genaue Gleichung, die am Ende aufgeht. Und deshalb, klar, ich nehme ab über das Kaloriendefizit und ich kann über intermittierendes Fasten, wenn ich einfach eine Mahlzeit oder zwei weglasse, habe ich halt Kalorien gespart, so, klar. Aber die Frage ist, wie zielführend ist das und wie lange kann ich sowas immer durchziehen? Eine Diät ist immer scheiße, weil eine Diät, also ich definiere eine Diät als Ernährungsumstellung über einen spezifischen Zeitraum, der halt irgendwann endet. Jede Diät funktioniert, weil in jeder Diät habe ich ein Kaloriendefizit, aber wenn ich aufhöre mit dieser Diät und wieder zu meinem normalen Essverhalten komme, dann kommt dieser Jojo-Effekt, der berühmte, ja, und dann nehme ich natürlich alles wieder zu und oft noch was obendrauf. So, das ist das Problem. Das heißt, wir brauchen keine Diäten, sondern was wir brauchen, ist ein gesundes Gefühl für Lebensmittel, für Ernährung, für unseren eigenen Körper und für unsere artgerechte Ernährung. Und die kann eben durchaus variieren. Es gibt eben Leute, die besser auf Kohlenhydrate funktionieren als andere Leute, ganz klar. Manche funktionieren besser auf Fetten, manche funktionieren eben besser auf Protein. Aber Faustregel ist, versuch immer dein Protein so hoch wie möglich zu halten, wenn du so bei 100 Gramm pro Tag ungefähr liegst, aber ein normales Essverhalten an den Tag legst. Du isst also, bis du satt bist und nicht, bis du kurz vorm Kotzen bist, sondern halt wirklich nur, bis du gesättigt bist, dann bist du ganz gut dabei. Isst immer dein Gemüse auf. Jedes Kindergartenkind weiß im Grunde, was gesunde Ernährung ist. Isst dein Gemüse, isst dein Obst. Versuch möglichst Kohlenhydrate aus Obst und Gemüse zu konsumieren. Achte auf dein Protein. Isst abwechslungsreich. Und isst so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Und dann hast du es im Grunde schon. Wenn du darauf wieder hörst, aber das ist ja eben das Problem in unserer Gesellschaft. Die meisten essen vom Fernseher oder vom Computer während der Arbeit. Haben gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Körper, zum Sättigungsgefühl. Over-eaten halt oft. Also essen viel zu viel über den Tag. Essen, bis sie platzen, bis sie Bauchschmerzen kriegen. Und wundern sich dann, dass sie nicht gut aussehen. Ja, okay. Da wird ja aber auch dann an der Stelle Sport überbewertet. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Stunde laufen gehe, hast du so 500, 600 Kalorien weg. Also wenn du vernünftig läufst halt. Aber wenn du dir mal drei Stücke Kuchen reinballerst, hast du auch mal schnell 800, 900 Kalorien oder vielleicht auch 1000 oder was drin. Und die hast du aber in einer Viertelstunde weg. Also ich noch schneller. Also die hast du ruckzuck weg und dann war es das schon. Ganz genau. Am Ende des Tages. Genau. Okay, also lass uns mal, also stabil ist auf der einen Seite, und so war es ja bei mir auch. Ich habe ja dir ganz klar gesagt, als ich dich sozusagen gefunden hatte, habe ich gesagt, also Kalorien zählen auf gar keinen Fall. Und das hat der Marc natürlich auch, das hast du auch echt total clever gemacht. Aber nee, 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 brauchen wir nicht. Mach dir keinen Kopf. Und dann hast du mich von hinten gekriegt sozusagen. Ja, du hast das sehr schlau gemacht. Das muss ich mal kurz wirklich erzählen, die Story. Also du hast mich erst mal bestätigt. Ja, das war sehr cool. Also du hast das echt extrem gut gemacht. Du hast mich erst mal bestätigt und du hast mich, hast halt erst mal herausgefunden, so worauf habe ich Bock, worauf habe ich eher, was ist eher, vielleicht wird eine Challenge, ja. Genau. Und das Laufen hast du gesagt, okay, das machst du schon mal weiter, dann haben wir das schon mal sauber integriert. Und dann hast du im Prinzip es echt geschafft, mich im Bereich Fitnesskraft so heranzuführen, dass ich, dass es, ja, sozusagen, ja, schrittweise, echt gradientenweise, ne, stufenweise, mich daran zu holen, dass das immer mehr und mehr Spaß gemacht hat. Wir haben ja, wir haben ja sehr viel gemeinsam gemacht, ne, das war sehr, sehr schlau. Und dann kam das Thema Ernährung, ja, du hast relativ schnell erkannt, dass ich jetzt nicht ganz falsch unterwegs war, ne, dass schon viele Sachen ganz gut und richtig waren. Aber du hast dann halt einfach, und da kommen wir zu einem wichtigen Thema Makros, ja, aber das hast du wirklich, die Nuss hast du echt bombastisch geknackt, ja. Stichwort Makros, das so zu verteilen, ja, dass du komplett auch high level über den Tag powerst, ja. Ja, erzähl mal, was sind Makros und warum sind die so wichtig und, und, und wie, wie schafft man das jetzt sauber und cool in seine Ernährung zu integrieren? Weil das ist ja nicht so leicht, ne? Ganz genau, ne, das ist das große Problem. Wenn du halt Low Carb unterwegs bist und Low Carb startest, dann hast du oft irgendwie den Tag über eben kaum oder keine Energie. Und das ist eben problematisch oder auch bei dir problematisch gewesen am Anfang. Makros sind die großen Bestandteile unserer Ernährung. Fette, Kohlenhydrate, Proteine. Das sind die drei Makros, die wir haben, die Makronährstoffe, die wir haben. Und die sind so unsere erste Ebene, das ist so die Basis von allem quasi. Da fangen wir an, wir gucken erst mal, okay, was haben wir denn ungefähr für einen Kalorienbedarf? Den kann man auch am Anfang ruhig mal schätzen, dass man einfach mal eine Zahl hat, mit der man schon mal rechnen kann. Was ist das so, Mann, Frau, so Unterschied so, was würdest du sagen, so zwei, zweieinhalb Tausend oder? Es gibt da so den Klassiker, da steht irgendwie auf jeder Nährwerttabelle auf allen Lebensmitteln drauf, dass so im Durchschnitt immer mit 2000 Kalorien für einen erwachsenen Menschen gerechnet wird. Das stimmt nicht immer, das ist natürlich stark davon abhängig, wie aktiv ist der Alltag, was habe ich für einen Job, wie viel laufe ich durch die Gegend, fahre ich immer mit dem Auto hin und so weiter. Aber so als Faustregel kann man schon irgendwie bei 2000 Mal starten, das ist immer eine ganz gute Zahl, um mal einfach was zu haben, mit dem man rechnen kann. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist eh immer nur eine Annäherung. Also es spielt gar keine so große Rolle. Viel wichtiger ist tatsächlich, wie du es eben gesagt hast, diese Makrozusammensetzung. Wie baue ich das auf, dass ich satt bin, dass ich Energie habe, dass ich Performance bringen kann, und zwar nicht nur körperlich, sondern ja auch geistig, mental. Wir haben ja, viele haben einen Job, der wenig Bewegung beinhaltet, sondern eigentlich eher ein Bildschirmarbeitsplatz ist, wo ich geistige Leistungen bringen muss. Wie kriege ich denn geistige Leistungen und wirklich diese Performance auf die Straße und das über den ganzen Tag über. Und dann natürlich noch so, wie bei uns zum Beispiel, dass du abends noch trainieren kannst. Dass du jetzt nicht nur im Job irgendwie die Leistung bringst, sondern dass du auch abends aus dem Büro kommst und nicht direkt auf die Couch willst, sondern noch genug Power hast, um zu sagen, ich mache jetzt noch eine Stunde Kraftsport. Das ist ja das Schwierige dabei. Und ich glaube, aber auch ein Thema ist, das in den Alltag so zu integrieren. Weil ich merke das ja, ich koche ja wirklich und ich habe auch Spaß daran. Und das ist aber jetzt halt mein Ding. Ich glaube, dass halt viele da draußen sind, die eben halt nicht Bock haben, jetzt abends zu Hause vorzukochen oder morgens für den Tag zu kochen. Und wirklich morgens, mittags, abends zu essen. Deshalb kommen ja solche Modelle zustande. So das Intermittieren des Fasten. Ich brauche schon mal. Ist ja bequem auch. Ich muss mich halt vielleicht einfach nur mal eingrooven in das Thema und dann ist Ruhe. Also ich glaube, so das Problem beginnt doch damit. Also jetzt mal Butter bei den Fischchen. Das Problem beginnt doch damit, wenn ich in den Supermarkt fahre und ich muss mir was aussuchen und ich weiß eigentlich gar nicht was. Ganz genau. Das heißt, ich habe keine Idee und du machst es ja auch, du kochst ja auch vor. Wir machen das ja beide, die Brüder im Geiste und auch im Kochen. Und das hilft uns natürlich, weil ich muss halt tagsüber keine Entscheidung treffen, weil ich habe mein Mittagessen dabei. Je nachdem, wenn ich weiß, ich arbeite länger, habe ich auch mein Abendessen dabei. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere ja, was ist denn das für eine Lebensqualität oder was auch immer. Aber ich weiß auch genau, wenn ich essen gehe, dann esse ich halt mittags nur vielleicht einen Salat oder halt das so ein bisschen halt im Rahmen. Aber das ist ja dieses Wie. Also wie integriere ich wirklich eine solide Ernährung in meinen Alltag, sodass ich am Ende des Tages merke, ich habe gute, geile Energie und ich merke, mein Körper, da bewegt sich was. Genau. Also lass uns das gerne nochmal aufgreifen, wo du gerade warst, beim Einkaufen. Weil da fängt es eben tatsächlich meistens an. So, ich gehe einkaufen und habe keinen Plan, was ich überhaupt kaufen soll. Meine Faustregel, die ich auch meinen Kunden meistens mitgebe, ist, Pareto-Prinzip 80-20-Verteilung. Versuch, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Pareto von 100% ausgeht, versuch 80% in deinem Einkaufswagen frische, gesunde Lebensmittel zu haben, die du so draußen in der Natur findest. Bedeutet, möglichst viel Zeit in der Gemüse- und Obstabteilung verbringen, möglichst komplexe Kohlenhydrate kaufen, Kartoffeln, Reis, wenig verarbeitet. Komplett ohne Verarbeitung kommen wir eh nicht aus in der heutigen Welt. Also das ist eben so. Aber wenn 80% in deinem Einkaufswagen keine Fernsehwerbung haben, dann bist du schon mal gut dabei. Wenn die anderen 20% dann halt irgendein, in Anführungszeichen, Schrott sind, mal ein bisschen Süßkram, mal einen Kuchen oder sowas, dann fällt das nicht mehr ins Gewicht. Dann ist das wurscht. So, und da kommen wir dann aber jetzt zum zweiten Problem, was du angesprochen hast. Jetzt steht nämlich unser hungriges Ich vorm Kühlschrank und sieht, dass da nur gesundes Zeug drin ist und fängt innerlich an zu schreien. So, scheiße, ich will ja jetzt was. Ich habe ja nicht vorgekocht. Und das ist der zweite Tipp, be prepared. Versuch, möglichst vorbereitet zu sein. Darum geht es. Wenn wir einen harten Arbeitstag hatten, 9, 10, 11 Stunden im Büro waren, vielleicht wenig oder nichts gegessen haben und kommen jetzt nach Hause, dann ist unsere Selbstdisziplin halt durch. Ja, ist ja klar. Die haben wir für was anderes benutzt. Klar, der Griff zur Scheiße, sage ich jetzt mal, zur schlechten Nahrung, ist natürlich viel, viel leichter, weil es verpackt ist, weil es irgendwo liegt, weil es im Regal ist. Es ist halt fertig. Genau, das packe ich halt rein. Und da sind wir aus meiner Sicht bei einem ganz entscheidenden Thema. Also es gibt ja bestimmte Formeln auch für Erfolg. Aber was halt nicht funktioniert ist, wenn ich Erfolg im Business haben will und ich gehe halt mit meinem Körper komplett scheiße um. Aber im Business gehört halt auch Disziplin rein. So, und das lassen wir mal ganz offen sein. Du kannst keinen coolen Körper haben. Also du kannst so fit in der Birne sein, wie du willst. Ja, und das funktioniert auch. Natürlich, du kannst natürlich auch top in der Birne sein. Und Stephen Hawking hat es ja bewiesen, ja, komplett zerstörter Körper. Aber der Geist, absolut genius, ja. Das funktioniert schon, ja. Aber ist halt nicht so sexy, ja. Muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube, es ist halt auch nicht so cool, wenn du auf der Treppe sitzt und kannst ja noch nicht mal die Schuhe zubinden, weil du so eine fette Kiste vor dir her schiebst. Macht halt auch keinen Sinn, ne. Korrekt. Also gehört Disziplin, machen wir uns mal nichts vor, in gewisser Weise dazu. Weil, wenn du Hunger hast und du hast dann nichts da, du bist nicht vorbereitet, dann ist der Griff eben, ich sag mal, zur Schokolade oder zur verarbeiteten Blödsinn halt eben sehr, sehr leicht. Ja, ja, klar. Und damit, das ist ja das, ne, abends nach Hause, harter Tag, Belohnung, ne, ob das die Chips sind, ob das die Flips sind, ob das, keine Ahnung, was für ein Dreck sonst noch so ist. Das ist halt auch nicht so clever, ne. Das ist halt nicht so schlau. Und wie mache ich das jetzt? Also hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, wie komme ich über diese Brücke drüber? Genau, wie machst du das? Also erstmal, sehr schöne, bildhafte Beschreibung der ganzen Nummer. Aber das ist tatsächlich, aber wir müssen uns erstmal, glaube ich, wieder als Ganzes verstehen. Also klar, der Geist funktioniert auch ohne Körper, der Körper funktioniert aber nicht ohne Geist. So, aber am Ende ist es natürlich eine Einheit. Geist und Körper funktionieren als eins. Wir können nicht sagen, wir trainieren nur den Geist oder nur den Körper. Wir sind eben ein großes Wesen, wenn man so will, ein großes Gehirn. Auch der Körper gehört dazu. Dem wir natürlich irgendwie versuchen wollen oder müssen, Rechnung zu tragen, indem wir den fit und gesund halten. So, wie mache ich es? Am besten natürlich mit No-Brainer. Also je weniger Entscheidungen ich treffen muss über den Tag, die mit Essen zu tun haben, desto leichter wird es mir fallen. Also wenn ich vorbereitet bin, wir fangen mal beim Frühstück an zum Beispiel. Wenn ich ein Frühstücker bin, dann versuche ich relativ schnell nach dem Aufstehen ein sehr proteinreiches Frühstück zu mir zu nehmen. Und da muss ich hier nicht auf Instagram gucken und dann irgendwelche Bowls basteln, wofür ich irgendwie drei Stunden brauche. Da reichen ja einfache Sachen. Also wir wissen ja, was für uns funktioniert. Ja, also nehmen wir das Pure von Aldi, zwei Scheiben das Pure, zwei Eier dazu, Tomaten, Gurke und bam. Und dann hast du schon ein total geiles Frühstück. Thema erledigt. Wie lange brauchst du dafür? Zehn Minuten. Noch nicht mal. So, mit Essen. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ich mach das schneller. Da brauchst du dir das in zehn Minuten rein. Thema erledigt. So, wenn ich jetzt keine Lust habe, Eier zu essen oder vielleicht überhaupt gar keine tierischen Produkte, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ich bin komplett vegan. Dann hau ich mir halt irgendwie ein paar Haferflocken rein, Sojajoghurt noch obendrauf. Wenn es mal richtig schnell gehen muss, dann ist es halt ein Proteinshake. So, aber es ist alles noch besser, als wenn ich bei Meckes vorbeifahre und mir da eine, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, so, aber ... Das coole Rührei. Das coole Rührei, das coole Rührei, ja. Dass ich mir da irgendeinen Scheiß hole. Und selbst Pancakes, ja, wenn einer Bock auf Pancakes hat, gibt es ja voll krasse Sachen, ja. Also es gibt, also lassen wir festhalten, es gibt halt schon coole Lösungen, aber es ist halt einfach mal so ein Mindshift oder Gamechanger, den man einmal einleiten muss, ja. Und das eben, bei mir war es ja tatsächlich so, ich hatte den kompletten, diesen kompletten Fehlgedanken, Kohlehydrate sind komplett mega schlecht, ja. Also wirklich, das war ja für mich so ein Teufelszeug, so ungefähr. Und dann hast du mich ja erst mal wieder an Kartoffeln und da habe ich erst mal wieder festgestellt, oh, wie geil ich Kartoffeln finde, ja. Kann jetzt sowas sein können, ja. Ja, und die sind ja sehr dankbar, ne, mit 70 Kalorien, glaube ich, auf 100 Gramm. Das ist natürlich fantastisch, da kannst du dir mal richtig schön einen reinknallen. Und kannst aber trotzdem noch ein Steak dazu essen und Gemüse oder einen coolen Salat und hast ein super geiles Mittagessen oder auch Abendessen. Ganz genau. Also meine Hilfe, ich sag mal, was für mich wirklich der Changer war, war einfach, dass du mir einen Ernährungsplan gemacht hast, ja, der die Dinge beinhaltete, auf die ich grundsätzlich auch, also mit denen ich grundsätzlich übereinstimme, auf die ich Bock habe, ja. Das war der Gamechanger, ganz klar. Das war der, und ich habe sofort gemerkt, die Reise geht nach unten, ja. Ja, also sprich, ich merke sofort und das ging ja ruckzuck einfach, ja. Also natürlich nicht super schnell wie vorher, aber ein Kilo nach dem anderen purzelte und das war halt schon super geil. Also Ernährungsplan, glaube ich, da geht kein Weg dran vorbei, oder? Ja, als so, ich sag mal, so wie so ein Leuchtturm, ja, er dient der Orientierung. Genau, genau. Also ein Ernährungsplan ist natürlich nichts, was ich mein ganzes Leben lang durchziehen kann. So, weil am Ende ist ein Ernährungsplan nur ein anderes Wort für eine Diät. So, und da habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Nein, deshalb, aber ein Ernährungsplan kann am Anfang sinnvoll sein, deshalb kann es auch sinnvoll sein, je nach Typ, der du bist, Kalorien zu zählen, aber eben nur über einen gewissen Zeitraum, weil dann kriegst du ein Gefühl für die Dinge, die du isst, für die Lebensmittel, die du konsumierst. Aber, nur um auch da hier direkt kurz einzuhaken, aber nicht, um jetzt am Ende des Tages, wie soll man sagen, daraus irgendeine Essstörung zu machen, weil ja jetzt wieder der eine oder andere sagt, ja, all die Kalorienzellen, die können ja entwickeln, da eine Essstörung und so weiter, ist ja kompletter Bullshit, ja, die Essstörung, die kommt ja von was ganz anderem her. Genau, also es gibt natürlich Leute, die haben so eine Veranlagung für solche Dinge, ne, und da muss man natürlich schon sensibel drauf reagieren. Deshalb kriegt auch nicht jeder von mir einen Ernährungsplan. So, bei dir war das unproblematisch. So, du hast kein Problem mit Ernährung und mit Essen an sich, was du halt brauchtest war, wie du es eben gesagt hast, du brauchst diesen Leuchtturm, diese Idee, diese Strategie, die ich immer irgendwie vor Augen habe und in deinem Fall war es eben der Ernährungsplan und so hast du ein fantastisches Gefühl dafür entwickelt, was dir gut tut, was funktioniert, was wann funktioniert und wie viel Energie da drin steckt. Genau. Und damit kannst du jetzt wunderbar in den Alltag gehen. Du brauchst ja jetzt keinen Plan mehr, du hast ja jetzt gar keinen Plan mehr von mir, sondern du isst ja jetzt intuitiv, du kannst auch essen gehen. Das funktioniert ja alles, weil du genau weißt, wenn ich halt essen gehe, boah, dann hole ich mir halt nicht die doppelte Portion Pommes irgendwie zum Steak, ne, sondern dann esse ich halt das Filet, dann esse ich eine Ofenkartoffel, dann gönne ich mir aber dazu natürlich auch mal irgendwie die Sour Cream oder sonst was, ne. Trüffel-Mayonnaise, Trüffel-Mayonnaise, Trüffel-Mayonnaise sag ich nur. Okay, sehr geil. Ja, also kann ich nur sagen, Riva Düsseldorf, ja, Top-Empfehlung, Trüffel-Mayonnaise, mehrbar genauso, vom allerfeinigen, ja, aber du wirst lachen, du sagst genau das, was echt richtig ist. Aber das ist es, ne. Ja, weil, weil der Punkt ist einfach der, früher war es halt so, voll das schlechte Gewissen, ja, sag ich, oh scheiße, jetzt hast du mal wieder über die Sprenge geschlagen und so weiter, heute weiß ich, selbst wenn man mal zwei Kilo jetzt ein bisschen, aber ich weiß halt sofort, also es stresst mich nicht mehr, früher hat es mich ja gestresst, ja, wenn ich die, also wenn ich jetzt mal, ich gehe mal so weit und sage, ich habe dann jetzt Bock auf McDonald's, ja, und will mir dann jetzt mal die, die komplette Kante geben mit Big Mac oder Back-Rip und wie das Zeug alles heißt, ich weiß, es macht aber halt nichts mehr und der Körper reagiert auch gar nicht mehr so krass im Übrigen, wie halt früher, wenn du komplett auf Low-Carb bist und du machst mal eine Ausnahme, das ist halt einfach sexy, das ist halt einfach geil, weil du, du kriegst tatsächlich einen anderen Bezug dazu, ne, und das kann ich auch echt nur jedem empfehlen, weil das, weil das viel mehr, also da macht Ernährung wieder Spaß, ja, also es macht wirklich Spaß, wenn du auf einmal sich, ich sage mal, diese ganze Bandbreite der Ernährung auch wieder öffnet, ja, und du nicht nur, ich meine gut, du bist jetzt, hast dich ja frei entschieden, Veganer zu sein, ja, habe ich auch mal probiert, ist jetzt, sagen wir mal, nicht meins, ja, Ja, trotz alledem habe ich aber unter anderem auch durch die Umstellung der Ernährung auch vegetarische, beziehungsweise auch vegane Tage dabei, weil ich meinen Fleischkonsum tatsächlich reduziert habe, aber nicht, wie soll ich jetzt sagen, nicht, weil ich jetzt irgendwie, Es ist keine Restriktion jetzt in unserer Arbeit oder so, genau, sondern du machst es ja freiwillig, weil du merkst, was dir gut tut und was nicht und genau darum geht es, ne, wieder ein besseres Gefühl bekommen und den Horizont erweitern. Genau, also eine Sache, die mir ganz wichtig ist, auch als Botschaft draußen, ob du das unterschreiben kannst, der Punkt ist, eigentlich wie im Business auch, ja, wenn du, wenn du, es gibt ja die Fitnesscoaches da draußen, die sagen, ja, ich nehme dir das alles ab und so weiter, das halte ich eigentlich auch ein bisschen für wack, ja, aber was ich ziemlich cool finde ist, weißt du, du kannst kein erfolgreicher Businesswoman oder Businessman sein, erfolgreich, wenn du inkompetent bist, das funktioniert nicht, ja. Aber genau so musst du auch bereit sein, dir ein Stück weit Kompetenz zu erlangen, also, ne, Wissen aufzubauen und, 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 und das zu handhaben, was Ernährung angeht, das ist halt komplett dumm, ja, weil es ist halt, ne, Fett sein, Dick sein ist Nichtwissen, Punkt, ja, und, und Nichtwissen heißt also auch Nichtkönnen, ja, also Inkompetenz, Punkt, ja, und das geht nicht, also musst, und da ist natürlich jetzt ein Typ wie du, der das Wissen hat, der natürlich auch beweisen kann, dass er das hat, indem er auch entsprechend aussieht, ja, wir müssen jetzt mal sehen, wie das hier ohne Shirt aussieht, ne, nein, das ist natürlich auch, ja, also für mich war das schon natürlich eine gewisse Vorbildfunktion, wo ich sage, ich habe da jetzt nicht irgendeinen, keine Ahnung was, AOK Gesundheitsberater, ja, der, keine Ahnung was, 95 Kilo wiegt und mir jetzt einen über Ernährung erzählen will, ne, also bei dir sehe ich halt, der muss, also irgendwas macht er richtig, ne, so nach dem Motto. Also, das war für mich auf jeden Fall der Gamechanger, also Ernährungsplan macht Sinn, ähm, für alle die, die da keinen Bock drauf haben, ihr müsst euch mit Ernährung beschäftigen, Kaloriendefizit spielt eine Rolle, aber macht auch keinen Sinn, wenn du jetzt die Makros, also, ne, die Verteilung der Nährstoffe nicht vernünftig im Blick hast, ist keine Raketenwissenschaft, wenn man so ein paar wichtige Dinge einfach verstanden hat. Genau, genau. Oder? Kannst du das so unterschreiben? Absolut. Okay, dann lassen wir noch ganz kurz, ähm, nicht ganz kurz, auf jeden Fall nochmal auf das Thema Sport eingehen, ja, also nennen wir es mal Bewegung. Ja. Was ich, Marc, total scheiße finde und was mir echt auch auf den Zeiger geht, ist, dass diese ganzen Kraftsportler und Fitnesssportler alle sagen, ja, du musst nicht laufen, Joggen ist alles für den Arsch und einfach sie unterstellen, dass das Thema Laufen, dass keiner Bock hat, sich in der Natur zu bewegen. Ja. Ja, also ich bin ein Fan davon, ich liebe es und ich war früher kein guter Läufer und ich bin auch kein schneller Läufer, also wirklich bin auch da eher im Vergleich zu dem Tempo mancher eher eine Schnecke, aber ich habe halt unendlich viel Energie, die ich daraus ziehe, eben durch den Sauerstoff, durch den Wald, durch die Energie im Wald und so weiter. Ja, klar, ja. 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 Habe aber auch festgestellt, dass Laufen alleine natürlich auch nicht sozusagen die, ja, die, die richtige Power oder die, den richtigen Schub bringt. Genau. So, was ist denn da jetzt das Rezept? Ja, also viele kommen natürlich zu mir, viele Kunden kommen zu mir und sagen, ja, muss ich denn jetzt laufen oder ich habe mal angefangen mit Joggen und ich habe Knieprobleme oder es ist einfach nichts für mich. Klar. Ja, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, boah, der läuft halt einfach nicht gerne. Dann lässt er halt, ne? Dann machst du nicht. Ist aber auch kein Problem, dann lässt man es halt. Genau, ist überhaupt kein Problem, dann gehst du halt nicht joggen. Ja. So, aber ein gewisses Kardiotraining mit zu implementieren in irgendeiner Art und Weise, um die Herzgesundheit zu verbessern, um den Blutfluss zu verbessern und so weiter. Das ist durchaus sinnvoll, in welcher Art und Weise. Egal, ob drinnen oder draußen. Ist ja völlig wurscht, genau, ne? Kannst du drinnen machen, draußen machen, kannst du auch schwimmen gehen, kannst du auch Rad fahren. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und das ist ja das, was ja auch in der Ernährung oft irgendwie, was sich da widerspiegelt, dieses dogmatische Denken. So, es gibt nur das oder es gibt nur das. Entweder ich mache Kraftsport oder ich gehe joggen. So, aber was da an Bandbreite noch dazwischen ist in der Grauzone, das wird halt oft gar nicht bedacht. So, und da gibt es so viele Möglichkeiten, seine Herzgesundheit zu verbessern, ohne unbedingt joggen gehen zu müssen. Okay, verstanden. Aber wenn ich jetzt einen Trainingseffekt erziehen will, wenn ich meinen Körper transformieren will, also sich schrittweise zu verändern, ja, das geht ja sehr, sehr schnell. Ich habe jetzt die Variante gewählt, das wirklich Schritt für Schritt zu machen. Genau. Wir haben ja jetzt, können wir sagen so, wir haben gestartet, glaube ich, März 2021. Ja, und wir sind jetzt, ich sage mal, wirklich super cool unterwegs seit anderthalb, mehr als anderthalb Jahren jetzt. Ja, wir haben das ein bisschen am Anfang mehr gemeinsam, dann ein bisschen runtergefahren. Aber wir trainieren immer noch gemeinsam, aber eben nicht mehr so oft wie am Anfang. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht ein gutes Rezept in der Kombination? Und ist es jetzt wirklich das Pumpen? Ist es, keine Ahnung, was ist da der richtige Weg? Ja, also ich glaube, ganz am Anfang muss halt stehen, wie bei jeder Entwicklung, bei jedem Entwicklungsprozess, ob ich mich jetzt in der Persönlichkeit entwickeln will oder nur körperlich. Du musst verstehen, dass wenn du dich verändern möchtest, dann muss dein altes Ich sterben. Da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst kein neuer Mensch werden und gleichzeitig der Alte bleiben. Das funktioniert ja nicht. Also alles, was du ja bisher gemacht hast, funktionierte ja nicht. So, damit musst du eben aufhören. Das ist cool, das ist sehr cool. Ja, darum geht es. Also ich muss verstehen, ich muss mich verändern. Das heißt auch, ich bin zum Beispiel auch kein großer Läufer. Ich hasse Joggen. Aber ich mache es zum Beispiel ganz oft so, sobald der erste Impuls ist, boah, ich habe da keinen Bock drauf, dann mache ich es. Und zwar erst recht. Da bist du wieder bei Disziplin, ne? Genau, weil das halt ganz weit außerhalb meiner Komfortzone liegt. Und ich weiß halt, dass meine Veränderung definitiv außerhalb der Komfortzone liegen muss. Weil ich bin ja schon in der Komfortzone und ich verändere mich ja nicht. Das ist aber auch wieder super interessant, weil wenn ich mir so manche Typen angucke, die da draußen rumlaufen und ihren Erfolg frönen und den an irgendwelchen Erfolgsparametern wie materiellen Dingen wie Autos und Uhren festmachen. Ja, die sehen aber aus wie eine Birne, ja? Da sage ich natürlich, das ist ja auch nicht Erfolg, ja? Das ist kein Erfolg am Ende des Tages, ja? Weil Erfolg kann man sehen. Absolut. Erfolg sieht man, also du siehst jemandem Erfolg an und zwar vom Scheitel bis zur Sohle und das ist nicht, das Bankkonto ist ein Parameter für Erfolg. Ganz genau. Das Haus meinetwegen auch, ja? Aber am Ende des Tages, du, ich, wir, du siehst Erfolg. Erfolg hat auch für mich immer was mit Wachstum zu tun, weil wenn ich stehen bleibe, wenn ich mich jetzt auf meinem Erfolg ausruhe, jedes System, was nicht weiter wächst, das stirbt unweigerlich. Ja. Es gibt kein Maintaining, auf derselben Basis bleiben, ohne Energie da reinzustecken. Gibt's nicht. Quatsch. Das ist auch Quatsch. Kompletter Irrglaube. Genau. Also entweder ich wachse oder ich sterbe. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Ja, ja. Und deshalb würde ich das genauso unterschreiben. Erfolg sieht man und das spürt man auch. Man spürt bei Leuten, die erfolgreich sind, die gut sind in dem, was sie tun, spürt man die Energie. Immer. Unweigerlich. Also ist es schon auch wieder hier die Kombination, Dinge zu finden, die einem Spaß machen, aber ohne Kraft, Einheit, so will ich es mal sagen, geht's halt auch nicht, wenn du deinen Körper, also deine Muskulatur nach vorne bringen willst. Ganz genau. Man kann starten mit Dingen, die einem Spaß machen. Das ist durchaus sinnvoll, das zu tun und das auch zu implementieren, also das auch beizubehalten über den Weg. Immer wieder Dinge tun, die dir Spaß machen, damit du am Ball bleibst. Aber genauso wichtig ist es eben, Dinge zu tun, die du hast. Einfach um dich selber auch mal ein bisschen herauszufordern, um dich zu challengen. Ich habe ja zum Beispiel gestern mit einem neuen Sport angefangen, Rope Flow heißt das. Und ich habe es nur auf YouTube und auf Instagram verfolgt seit ein paar Monaten, habe nie den Einstieg gefunden. Und es ist wie Seilspringen, nur ohne übers Seil zu springen. Und das Seil ist halt dein Lehrer. Also jedes Mal, wenn du dich damit schlägst, weißt du, ich habe es nicht richtig gemacht. Und du siehst mich jedes Mal mit so einem riesen Grinsen daraus gehen, wenn ich Dinge davon nicht kann. Weil das halt mir immer wieder zeigt, da ist noch Wachstum, da ist noch Potenzial, ich kann mehr, ich kann das besser machen, ich kann da noch lernen. Und das ist ja das, was den Prozess so interessant gestaltet. Und was dir ja am Ende auch so viel Spaß macht. Eben dieses, wir gehen immer ein bisschen weiter, wir gehen immer ein bisschen über die Grenze und du spürst halt, wie du besser wirst in Dingen. Es ist ja genau wie im Geschäftsleben. Also ich glaube eine, also für mich so, das war aber schon immer so, ich bin auch Radrennen gefahren und habe dann wieder aufgehört, weil das Business mich ein bisschen eingeholt hat, Hustle und so weiter. Aber am Ende kann ich halt sagen, dass die Gesetze sind ja dieselben. Die Erfolgsgesetze sind dieselben, ob im Business oder im Sport. Und ich bleibe dabei, die Einheit Geist und Körper. Der Körper hilft mir, auch meinen Geist gut im Gang zu halten, weil Geist braucht Energie und in Form von Nahrung. Aber wenn mein Körper, das ist ja auch so ein bisschen so eine, ich nenne es mal Krücke. Weil wenn ich einen coolen Körper habe und ich fühle mich wohl und ich gucke morgens in den Spiegel, ja, dann habe ich natürlich auch mehr Bock auf alles andere. Ich habe einfach mehr Energie. Das sind einfach Sachen, die sich, ich drücke es mal so aus, gegenseitig pushen, gegenseitig befruchten, gegenseitig unterstützen. Und deshalb können wir eigentlich sagen, hey, passt mal auf Leute da draußen, ernährt euch vernünftig, treibt Sport, fangt euch an zu bewegen. Der Rest, ich will nicht sagen, kommt ganz von allein, aber schon auch. Aber doch, so ist es. Wenn du anfängst mit Sport, dann merkst du, wie plötzlich alles irgendwie seinen Platz findet im Leben. Alles wird klarer. Auch der Geist, der bleibt ja nicht stehen. Also wenn du diesen Prozess irgendwann mal angestoßen hast und manche machen es eben übers Außen, die fangen eben an, erstmal ihren Körper zu spüren und gehen dann in diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Und andere haben eben diesen Einstieg von innen, die kommen halt über Meditation oder über Achtsamkeit und kommen dann irgendwann zum Körper. Aber diese Einheit, die gehört zusammen, die kannst du nicht trennen. Das macht absolut Sinn. Das war ein super Schlusswort. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und nicht nur bei dieser Podcast-Folge, sondern bei allen anderen, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst uns ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare rein und folgt uns natürlich selbstverständlich auf den sozialen Medien Instagram, TikTok und Facebook. Und jetzt möchte ich noch einmal an unseren Gast geben, an den lieben Marc. Marc, sag du doch mal ganz kurz, wie kann man dich denn erreichen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War ein sehr nettes Gespräch. Wenn ihr mich sucht, ich bin auf den sozialen Medien als Kraftbunker unterwegs. Kraftbunker.de, Instagram Kraftbunker, Facebook Kraftbunker. Oder direkt einfach anrufen. Ruft den Heinz auch gerne an, der gibt meinen Kontakt auch gerne weiter. Online-Training oder Personal-Training in Düsseldorf. Sehr cool. Vielen Dank und danke, danke, dass du da warst. Bye-bye. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020